Hallo, mein Name ist Gaby. Ich wohne hier auf einem schönen Hof und wir waren letzten Samstag bei Maiko und bei Jürgen, bei Gott erlebt. Und wir haben wunderschöne Dinge da erlebt durch den Heiligen Geist. Viele Menschen sind geheilt worden, berührt worden. Du hast Heilung erlebt, genau, körperliche Heilung. Genau, Verspannungen sind gut. Und weggegangen sind, genau. Und das war noch, da war einer. Sehr freudig war es, also man wurde richtig frei. Es war wirklich schön. Gott war da anwesend und wir wollen euch herzlich einladen, dass Maiko und Jürgen haben sich bereit erklärt, mit ihrem Wohnmobil hier hinzukommen und Gott erlebt, bei uns zu machen. Und zwar ist das in Löhne. Wir werden die Adresse noch, denke ich, darunter schreiben. Ja, und dann seid ihr herzlich willkommen, hier mit uns Gott erlebt zu feiern und die Kraft Gottes hier auch zu erleben. Eine Frau hat Blutkrebs, sie ist geheilt worden. Es gibt noch kein Zeugnis vom Arzt, aber wenn das soweit ist, dann werden wir das auch nochmal hier ablichten. Genau, eine Frau hatte Depressionen, die ist ganz frei geworden. Eine Frau hatte einen Stachanfall, konnte wieder laufen. Genau, mit ihrem Fuß, der Fuß, der war völlig verdreht und das ist wunderbar gewesen. Also wir hatten so eine Freude, wo der Heilige Geist ist, da ist Freude, da ist Liebe und die Kraft Gottes, die war so stark zu spüren. Man fühlt sich richtig gut. Amen. Amen. Ja, das ist ein sehr guter Tag. Tschüss. Tschüss.